Guten Morgen Bibi, Bibis Beauty Palace und ich bin jetzt nicht mehr nett, weil das muss ich auch gar nicht, weil ich finde dein Verhalten wirklich komisch und irgendwo auch abartig den Fans gegenüber. Was stimmt nicht mit dir? Was ist los da? Du bist von Julienko getrennt, aber das ist kein Grund überhaupt gar kein Video mehr zu machen. Ich finde das echt eine Schweinerei. Du hast über 2 Millionen, nein, das sind ja andere, das sind ja kleinere YouTuber, die 2 Millionen Abos haben. Du hast über 5 Millionen, oder bin ich jetzt falsch? Also irgendwo waren 5 Millionen Follower. Kann das sein auf deinem Instagram? Also wenn mich jemand jetzt berichtigt, gerne in den Kommentaren abonniert mich, aber das finde ich jetzt wirklich Wahnsinn. Nur weil ich jetzt mit irgendwie einem Mädel oder einem Boy nicht mehr zusammen bin, also wenn ich jetzt mit jemandem zusammen bin, eine Partnerschaft habe, nur weil ich jetzt getrennt bin, kommt nichts mehr. Wen willst du eigentlich auf den Arm nehmen, Bibi? Das ist jetzt die Frage, weil du nimmst die ganze Zeit deine Fans auf den Arm. Du hast paar Millionen Follower, überall. Ab und zu bringt die Bild mal, ja, Bibi hat einen neuen Freund, das ist Bibi ist ein neuer, das ist der neue Freund von Bibi, Amen. Warum? Mädel, du musst doch sehen, du hast so viel Potenzial da, du hast so viele Millionen Follower und es kommt nichts von dir, nada, null. Warum? Das ist das, ich finde, das steht einem nicht zu. Wenn man so viele Follower hat, dann muss man sie auch unterhalten. Du kannst also natürlich für die Außenseiter sagen, okay, wir machen jetzt 7 Jahre nichts auf dem Channel. Der hat auch 2 Millionen. Aber gut, vielleicht haben die sich ja gestritten oder waren sie nicht einig, da kam dann nichts mehr. Die machen jetzt auf ihren eigenen Kanälen, aber sie machen eben noch und du hast so viele Kanäle, ich weiß nicht, vielleicht hast du noch irgendwo ein Onlyfans, keine Ahnung, was mit dir los ist, aber irgendwas stimmt doch bei dir nicht. Na, pfeift es mir echt durch die Nase, wirklich, und durch die Ohren. Da kommt der Qualm schon unsichtbar raus. Das muss man sich, das muss man sich mal vorstellen. Also Bibi, du musst jetzt unbedingt was bringen. Sei es nur ein Hallo. Hallo, hier ist Bibi, ich bin's, Bianca Heinecke. Ich bin wieder da. Ja, ich hab grad meinen Freund hier, aber nee, mein Freund ist wieder weg. Tschüss, ich hab den nächsten. Aber bitte bring was für deine Fans, sie warten doch drauf. Ich als Produzent kann das nicht verstehen. Ich muss hier ständig Musik produzieren und ich bin für die Leute da. Wenn ich ein Interview geben soll, RTL kommt an, Promiflash, dann bin ich da. Warum bin ich auf der Matte und du nicht? Das ist jetzt hier mal die Frage. Und gib mir bitte eine Antwort drauf. Dankeschön. 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 Dankeschön.